Was haben Energie, Verkehr und Daten gemeinsam? Sie alle fließen und genau dafür fühlen wir uns verantwortlich. 24-7. Der Verkehr immer hektischer und dichter. Damit trotzdem alles fließt, beleuchten, signalisieren und regeln wir den Verkehr auf den Straßen und sorgen uns um eine hohe Funktions- und Betriebssicherheit des Straßentunnels. Mit unseren Verkehrslösungen leisten wir unseren Beitrag, damit der Alltagsverkehr geringstmöglich ins Stocken gerät. Und sollte ein Ort nicht jederzeit für alle zugänglich sein, steuern wir den Verkehrsfluss im öffentlichen und privaten Bereich mit Pollern und Schranken. Die Schweiz fährt Zug. Wir sind Hersteller von Qualitätsprodukten für die Sicherheit und Überwachung. Und wir entwickeln, planen und realisieren komplette Bahnsicherungslösungen. Wo immer die Energie fließen soll, verlegen wir Kabel jeder Dimension auf allen Spannungsebenen. Der Freileitungsbau ist Risikoarbeit. Wir haben das im Griff. Sorge um die Umwelt? Die haben wir auch. Und deshalb setzen wir sparsame Lichtkonzepte um. Für die Beleuchtung von Anlagen und Flächen kennen wir uns bestens mit den komplexen Anforderungen an Flutlichtanlagen aus. Für feste und temporäre Installationen. Wir rocken auch große und kleine Events mit der passenden Infrastruktur. Und bringen Licht und Glanz in den öffentlichen Raum. Auch beim Bau der neuesten Kommunikationsnetze sind wir mit voller Kraft dabei. Denn für unsere Lebensqualität, für den perfekten Fluss, geben wir alles. Wir von Kummler & Matter EVT verstehen, wie Energie, Verkehr und Daten fließen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.